hallo und herzlich willkommen zurück bei dragon quest 11 hey schau mal da her ja genau auf die abzuschweifen wir sind in der kryptischen krypta mit der veronika die wohl wahrscheinlich älter ist wie sie tut und außerdem ist es ziemlich biestig und hier sind überall brandopfer ach da komme ich hoch hey geht das nicht viel schneller hier nur weil du so einen riesigen fetten zweihänder auf dem rücken hast ich trau den boden nimmer so ein scheiß aber was haben wir da hinten aber was haben wir hier das doch ein ektrasilblatt ja wer wird berühren wir schauen was wir jetzt sehen oh oh i almost forgot there's a trap up ahead i forget my shadow if it wasn't sewn on i can't go falling into my own trap now can i what would the others say right i'd better go the long way around naja wenn man davon absieht dass der ja sowieso schwebt warte das war da vorne ne ok dann kann ich hier noch hin lang nein aber jetzt bin ich hinter der tür geil auch wenn ihr geil da kann ich darauf reiten kluppengold herz geil was ist man da hinten naja der zombie will aufs maul das habt ihr jetzt auch gesehen oder der ist mir hinterher gelaufen ok brandopfer ein gummi fliegender gummi drops und ein sabbernder alter sack der lebt noch aber erstmal den draco draco magus weg aua oh 1 wow wir haben einfach angekotzt tada another one bites mal weiter jetzt schauen wir erstmal hier oh oh eh uh uh jetzt hauen wir den weg weil dann können wir sein tierchen klauen ähm oah ich hatte keiner eingeladen ich wollte nur den skelett holen Sehr gut, dann hau mal den Hexi weg, oh oh, au, die kannst du ruhig angreifen, die interessiert mich nicht, also langsame zu meinem Team kam, ja, ich habe eine komische geile Knochenhundspinne, warte, was ist das, im letzten Fall soll nachher niemand gerissen zu haben, besiegt den Fugel und schnell daran erblicke nach oben, um seine Fährte zu finden, zack, Okay, Da darf man nicht lang, Wie das Ding mich halt verarscht hat, Da war es auch nicht, wo ist die Kiste? Dann ist die Kiste Ich finde es lustig, die Tierchen Kann ich den auch draußen haben? Ich finde den geiler wie ein Pferd Du 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 Ah, okay, man muss länger aus rum kommen, damit man da hinkommt Ah, hier geht es überall zum Shaddle Rider Hier muss hintergehen Hier muss hintergehen Ja, muss es Mini-Medaille Jööööö, ich wollte schon immer ne mini mit Okay, Gegner lösen sich einfach auf, finde ich gut Die Nerven eh nur Wow Was hat denn jetzt das werden sollen? Die kleinen Mini-Scheiß-Kerle Mega-Schwechung Ah Es ist nur für eine Gruppe von Gegnern Ach, verdammt, jetzt dürfte er wieder vor dir Hör doch auf, das ist hier zu verschwenden, Mann Okay, jetzt darf ich niemanden mehr angreifen Silberplatte Oh, da kann ich speichern That's one heck of a fountain to be hidden away down here Wait, over there Serena, wake up It's me, Veronica That's your sister Serena We said we'd always be there for each other, didn't we? Well, I'm here for you now So pull yourself together Oh, I'm ever so sorry It's just I Well, I was so awfully tired After all that searching That I needed a nap And Veronica Is that really you? What in the world has happened to you? Who? But How did you know it was me? We've been sisters a long time, you know It would take a lot more than a new look to fool me Oh, yes Very funny What were you doing lying on the ground like that? I I thought you were Well, that you were You know Sorry to interrupt the reunion But didn't you tell us Serena was your kid sister? Well, if you want to get technical about it Actually, we're twins But we don't look the same age anymore Because, well, it's all a bit complicated I told you I was taken off by monsters, didn't I? They've been kidnapping people so they can steal their magical powers Well, I wasn't going to let them have mine without putting up a fight But the more I resisted, the younger I got I don't quite understand it, but Instead of draining my magic They drained my age What I'm basically saying is that I'm not a child So stop treating me like one Okay, we get it, we get it You're not a kid But you still look like one Don't you want to do something about it? Of course I do Why do you think I brought you here? I want you to help me clobber those stupid monsters and see if we can fix this You will help us, won't you? I promise to do my bit as well I have some really rather wonderful healing spells, you know Can I say no, you're nerfed? No, you're not a kid Now we have both of them Oh Sehr schön, speichern is always great Now we have two to the price of one Wobei die kleine nervt Ich nehme lieber die große mit Wobei die große wahrscheinlich auch ziemlich doof ist, so wie es ausschaut Wenn sie sich einfach irgendwo hier auf einem Hüllenboden liegt Und dann so, ja, ich penne mal eine Runde Schon wieder so ein Igra-Stil-Ding Ah gut, mein Hündchen wartet Oh, ich habe fast vergessen Du brauchst ein Passwort, um zu durch hier zu kommen Und es war... Humbra Kadumbra Ich will ja nichts sagen, aber gut, dass der Schatten ziemlich ein Vollidiot ist Und alles laut ausspricht Ich weiß, es ist vom Spiel gewollt so, aber Gott ist der Typ du Niemand kommt ohne das Kennwort weiter Sensoras öffnet sie behutsam Was soll bist denn du? Bist du Pottier? Du kommst hier und sagst Jarvis, dass du das lieblich, juicy Spezium erheben lässt Und du denkst, dass eine Apolosung es kümmern wird? Oh, diese Jaws Do you Crackpots think sorcerers like Veronica come along often? Do you have any idea of what we'll have to do to nab a specimen like that again? You knew I wanted to drain all her magic so I could earn the Lord of Shadows respect when he came back All my plans shattered The Lord of Shadows The Lord of Shadows That's them They're the monsters who jumped me in the bathhouse and brought me here See that jar by the big fat one That's what he was sucking all my magic powers into Then I guess we'd better figure out how to get them back Veronica 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 Huh? If it isn't the one that got away If it isn't the one that got away Tss Now, just sit tight while we suck every ounce of magic out of ya Boys, this lot have earned a VIP treatment Huh? Looks like we'll be fighting our way out of this one whether we like it or not Huh? Huh? Haha Alright, sure Ah, very good! Four gegen vier, find me good Huh? Ouh? Oh! What's that? We got the super shotgun mode on this one? What's that? We have a super shotgun mode on this one? I have no idea this one is the super sexual mode on it Hey, you can see it? Sehr geil. Koop-Kräfte. Natürlich auch ein Wampard, Alter. Der hält wahrscheinlich viel mehr aus wie die anderen. Sehr gut. 92 Schaden. Wow, die ziehen beide genau sauviel an, Alter. Wow. Oh, oh. Ich habe keine Ahnung, was der vorhat. Der Dicke macht irgendwas. Oh, scheiße. Ja, macht der Dicke jetzt was oder nicht? Na gut, dann hauen wir erstmal seine Scherke. Oh, oh. Oh, fuck. Oh, danke. Oh, danke. Oh, shit. Ah, sehr gut. Jetzt haben wir erstmal den auch weg. Wer soll denn jetzt vielleicht neue Helfer suchen? Das sind ja voll die Flaschen, Mann. So, jetzt aber Verteidigung gegen den so einen Scheiß. Danke. So, und jetzt geht's rund, Dicke. Oh, geil. Naja, jetzt ist es schon fast nur noch ein Gemetzel, Mann. Boah. Volltreffer. Oh, schon erledigt. Also, nachdem so eine Fuzzis weg waren. Oh, ich will auch ein Level hoch. Nein. Oh, ich will never be the Lord of Shadows, right-hand man, if I can't even beat the likes of you lot. All my dreams shattered. Who is this Lord of Shadows you keep mentioning, anyway? You'll find out soon enough when everything finally goes to pot. We'll find out soon enough, huh? Huh? Right, time to get my magic back. I hope this works. You look just the same. We're all our efforts for nothing. No need to worry on that front. I can feel the old magic zinging from the ends of my pigtails right down to the tips of my toes. But then why do you still look like a little girl? Oh... I'm not really sure. I suppose whatever made me younger can't be fixed just by getting my powers back. But it could be worse. I mean, you know what they say. You're only young. Twice. Trust you to see the funny side. Well, I suppose I'd better get used to having a twin sister half my size. By the way, you have noticed who we're traveling with, haven't you? Of course I have. And so have you, it seems. Shall we? And so have you. Mm-hmm. Bold luminary. Ictrasil's chosen. Long have we waited to greet you. We of Arborea swear to protect you. While we live, none shall defeat you. There are those who would accuse you of bringing disaster on our world. Please, you must rest assured that they are wrong. You are a hero. The light in your eyes, the light told of in the legends of Arborea, it proves that beyond a doubt. I knew it was you the moment I saw you. So now you have magical twins swearing to serve and protect you? I guess you really are the luminary, huh? Not that I ever doubted it, of course. There's plenty more we need to talk about, but we have to take care of something first. I wasn't the only one that were keeping prisoner, you know. Now, if I remember rightly, there should be a door around here somewhere. Okay. Dafür, dass... Außerwälder Yggdrasilus. Dafür, dass die Zwillinge aus Antika dich als Lichtbringer anerkannt und geschworen haben, dich zu beschützen, wie es ihre Pflicht ist. Cool. Und ich hab immer noch meinen... Wir sollten ihm vielleicht mal einen Namen geben. Wie nennt man? Fifi? Hasso? Bone Man? Keine Ahnung. Ich mein, der ist jetzt dann eh gleich wieder weg. Warte. Aber schön stehen bleiben, ja. Ich nehm mich noch ein bisschen mit. Schmuddeliger Verband. Oh, da drüben vielleicht noch was. Ja. Her damit. Das war jetzt schön. Dass die gewussten, wo ich bin und alles. Mängst mal ein paar, Alter, die wo... Kantabschaden haben. Hm. Gosh. Schau an all diese Zellen. What a horrid place. Hey. Who's there? Don't worry. You're safe now. We took care of that potty old fat-haired and his cronies. Thanks. I owe you one. I was starting to worry they were gonna get sick of feeding me and decide to eat me instead. You were starting to worry. And what about your poor little daughter on her own, hm? How do you think she's been feeling? I'm sorry. I wasn't thinking. Wait. You know Connie? We too. And she's fine. Thanks for asking. The owner of the bar back in town is looking after her. He's a mature, responsible adult, you see? Oh. Listen, I appreciate your help really. I do. Oh, Noah, by the way. If there's anything I can do to repay you, just say the word. Noah, huh? Where have I heard that name before? Oh, look. I've taken enough of your time. I should, uh, go back and see how, uh, Connie's doing. Heh, thanks a million. Well, he certainly left in rather a hurry. You can say that again? Very fishy. Well, never mind. We should head back to... We... Jetzt bin ich hier mal gespannt. Hallo? Ah, jetzt halt. Ah, jetzt bin ich gespannt. Ähm. Hallo? Seid ihr endlich wach? Eure Gefährten warten seit Sonnenaufgang. Jetzt sind sie unten und harren auf euer Kommen, wie das Grün auf das Licht. Ja, auf den Lichtbringer. Haha. Hey, Leute. Oh, endlich wach, huh? Don't worry. Wir haben alle auch gewohnt. Und jetzt sind wir los. Es ist Zeit, unsere kleine Gespräche von früher, über Serena und ich und wie wir euch helfen. Hm. Wir haben eine legend in Arborea. Es sagt, dass ein Tag ein Darker wird, um die Licht zu erinnern. Aber dass Yggdrasil's Chosen, der Luminär, der Behrer der Marken der Licht, wird ihn erinnern, um ihn zu treffen. Ich weiß, dass es schwer zu glauben ist. Ich meine... Look at dich. Aber es ist wahr. Du bist der Reinkarnation des Luminärs. Der Mann, der der Schöne der Schöne war lange vor. Ich kann noch nicht verstehen, warum sie dich wiederholfen, wenn der Schöne war, wenn der Schöne war. Aber es ist nicht der Grund, warum. Die Schöne war, Ich will wissen, was der Schöne war. Ich möchte wissen, was der Schöne war. Ich kenne die Schöne war. Ich schlau, ich schlau, ich schlau. Was? Not even you special protectors of the magical ancient wonder truths know? Bummer. Yggdrasil, Yggdrasil, Yggdrasil. Wait, I think I might have an idea. Really? What is it? You know that guy we bust out of jail yesterday? I remembered where I know him from. He sells information to people in my profession. And you think he might know how we can reach the world tree? Wonderful. Well, what are we waiting for? To the bar. And I'll see you in the next episode of Dragon Quest XI. Macht's gut und Servus!